Ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal so etwas wie Hoffnung hatte. Und ich weiß erst recht nicht mehr, wann überhaupt noch jemand Hoffnung hatte. Denn ganz im Ernst, seit die Frauen keine Kinder mehr bekommen können, worauf können wir dann auch hoffen? Heute wurde die Welt durch den Tod von Diego Ricardo erschüttert, dem jüngsten Menschen auf diesem Planeten. Der jüngste Mensch der Erde wurde 18 Jahre, 4 Monate, 20 Tage, 16 Stunden und 8 Minuten alt. Das ultimative Rätsel, warum sind die Frauen unfruchtbar? Manche sagen, es liegt ein Genexperiment in Umweltverschmutzung. Was glaubst du, warum wir keine Kinder mehr zeugen können? Ist doch völlig egal. In 50 Jahren ist sowieso alles vorbei. Es ist zu spät. Weiter gehen! Weiter gehen! Hallo Theo. Wie geht's dir so? Entschuldige das ganze Theater. Die Polizei nahrt extrem in letzter Zeit. Ich hab dich fast 20 Jahre nicht gesehen. Ich brauch deine Hilfe. Nicht für mich, für ein Mädchen. Wir müssen sie zur Küste bringen, an den Kontrollpunkten vorbei. Komisches Gefühl, dich wiederzusehen. Er hatte deine Augen. Warum bist du zu mir gekommen? Ich vertraue dir. Zeig es ihm. Jetzt weißt du, was auf dem Spiel steht. Wir müssen das Boot erreichen. Was ist das für ein Boot? Die Leute vom Human Project haben ein Boot geschickt. Das Human Project? Ja, die größten Köpfe der Welt arbeiten für eine neue Gesellschaft. Euer Kind ist das Wunder, auf das die ganze Welt gewartet hat. Ich verspreche dir, dass wir einen Weg finden, um dich zum Human Project zu bringen. Pass auf! Wir haben es fast geschafft, Kay. Wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft.